Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 5. April 2022. Ihr hört Geek Talk Daily 1178, heute mit Prehistoric Planet, Threema, Push, Elementary OS, Tesla, P30 Pro, Apple Fitness Plus und eSIM kommt zum Schluss. Dann starten wir gleich mal zuallererst mit der Prehistoric Planet Doku-Reihe, eine Dinosaurier-Doku-Reihe, die bald irgendwann dann mal auf diesem Apple TV Plus starten wird. Da freue ich mich schon sehr darauf, zumindest macht das, was wir gesehen haben in diesem Trailer, sehr viel Neugierde auf das Format. Ich bin sehr gespannt, die Dinosaurier mal aus einer aktuelleren Zeit zurückblickend und nicht von den alten Rückblickungen, die wir noch von der Schule her kennen. Zum Beispiel haben da die Dinos Haare, gewisse zumindest, oder waren es Federn? Wir werden es dann sehen, wenn das Ganze soweit ist. Threema hat endlich geschafft. Herzliche Gratulation an das Schweizer Entwicklungsteam oder an das Entwicklungsteam von der Firma aus der Schweiz. So muss man wahrscheinlich sagen, ja, was haben sie geschafft? Normalerweise, wenn man unter Android einen Push versendet, dann passiert das meistens über die Google Services. Google selber bietet da Push-Notifications an und man sagt ja schon länger, dass Google durch die ganzen Metadaten wie Facebook halt einfach relativ viel zu viel über euch weiss. Und dass sich da Verknüpfungen zwischen dem Google-Account und dem Threema-Account erstellen lassen und somit dann auch Metadaten und ihr wisst, ganz unschöne Dinge. Deshalb wollte man sich da schon länger abkoppeln. Man hatte auch eine Möglichkeit gehabt. Das Ganze war nicht so der Burner. Deshalb hat man weiterentwickelt und hat jetzt Threema-Push fertig. Das heisst ab sofort kann man, wenn man möchte, denn standardmässig ist immer noch der Google-Push-Dienst aktiviert, in die Einstellungen gehen seiner Threema-App und da wechseln auf eben das Threema-Push. Und dann bekommt man komplett unabhängig die Möglichkeit auch Push-Notification zu erhalten. Das freut mich als zum Beispiel Huawei-Geräten-Nutzer natürlich sehr und vielleicht auch alle anderen, die ein nicht ganz so offizielles oder falsch gesagt, ein offeneres und ein besseres Android nutzen ohne die ganzen Google-Dienste. Die können nämlich jetzt Threema komplett nutzen. Wie schön ist das? Elementary OS ist ein Betriebssystem für ein Desktop, das, man kann sagen, dem Mac OS nicht ganz so unfremd ist oder anders ausschaut oder allzu sehr. Die zwei Hauptgründer oder wie besser gesagt, die Gründer dahinter haben sich zerworfen und das ganze Projekt kommt wahrscheinlich langsam aber sicher ins Stocken. Denn es ist einer der Gründer abgesprungen und nur noch jemand ist dabei und will auch nicht auf eine Millionenbude hinarbeiten, sondern eher mit dem Fokus auf ein gutes Betriebssystem. Ist ja grundlegend nicht verkehrt, aber wir wissen glaube ich alle, dass irgendwo dieses Geld halt einfach auch kommen muss, weil sonst funktioniert das Ganze leider nicht ganz so. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Tesla ist auf Erfolgskurs und hat wieder mal schöne neue Zahlen vermelden können und zwar Rekordsummen. Nicht ganz überall, zum Beispiel bei den gefertigten Geräten oder Fahrzeugen besser gesagt. Der Grund liegt einzig und allein an dem Lockdown in Singapur, weshalb da deutlich weniger Modelle zusammengeschraubt werden konnten. Wie angedacht, da jetzt aber Grünheide noch am Start ist und eben das andere in Shanghai wieder hervorkommen kann und auch wieder produzieren kann, wird sich das in Zukunft wahrscheinlich ändern und bei den nächsten Quartalszahlen werden wir da sicherlich auch hier schöne neue Zahlen sehen. Ich bin extrem gespannt, wie Tesla in nächster Zeit weiter wachsen wird. Der Börse hat es auf jeden Fall gut getan. Der Titel ist schön im grünen Bereich in meinem JUPO-Portfolio. Weiter geht es übrigens. Das habe ich nicht als Link in den Shownotes nicht drin, aber gestern passiert. Elon Musk, der Gründer von Tesla, von SpaceX etc. Der hat wieder mal eingekauft und zwar dieses Mal bei Twitter. Er hat sich 9% von Twitter geangelt und ist somit der grösste private oder der grösste Einzelperson oder der grösste Stück am Stück. Genau, der grösste Anteilseigner an Twitter. Und das hat auch dem Twitter, wie sagt man, dem Kurs sehr gut getan. Und der ist irgendwas um die 30% hochgeschnallt oder 28% schlussendlich. Das war auch ein schöner Hupf auf meinem Portfolio. Solche Dinge sieht man natürlich gern. Ich bin mal gespannt, wie lange das sich das so halten kann und oder ob das auch wieder ein bisschen runterpurzeln wird. We will see. Warum hat das Elon Musk getan? Gute Frage. Erst vor kurzem bemängelte er, dass man zu stark reguliert wird auf Twitter. Jetzt hoffen wir doch nicht, dass er damit dann auch versucht Einfluss zu nehmen oder was auch immer. Auf dem Huawei P30 Pro New Edition, das ist das Teil, was ich auch habe und eines meiner Favorite Geräte ist. Gut, ich habe viele Favorite Geräte, aber unter den Huawei Geräten ist es mein Daily Driver und den nutze ich sehr gerne. Und die bekommen jetzt langsam aber sicherlich das Update auf EMUI 12. Da freue ich mich sehr, denn da kommen jetzt immer mehr Huawei Smartphones hinten nach. So soll es auch sein und das freut mich natürlich. Das Nova 5, das Mate 20, das P40, das P40 Pro Edition, wie sie auch immer alle heissen, bekommen langsam aber sicher, wie gesagt, diese Updates ausgespielt. Wer wissen möchte, wie das ausschaut, dieses EMUI 12, in den Shownotes habe ich euch einen Videolink dazu, zu einem Video, das ich mal gemacht habe, eben zu genannten EMUI 12. Wer da reinschauen möchte, gerne auf daily.diktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens zum Anklicken. Weiter geht es mit Apple Fitness Plus. Da gibt es neue Workouts und ganz cool für frischgebackene Mütter ist dieses Workout. Denn ja, wer schon mal ein Kind bekommen hat, nicht nur Mann, sondern auch Frau oder umgekehrt besser gesagt, der weiss es, man sollte im Nachhinein ein bisschen Fitness, das schadet nicht, Becken, Boden, Muskulatur oder wie das auch immer wieder geheissen hat, ist nicht verkehrt. Und das kann man jetzt abdecken mit Apple Fitness Plus. Und zum Schluss gibt es noch ein Gerücht, welches mit einem Patent belegt ist, aber immer noch ein Gerücht ist. Anscheinend will Google mit Android 13, und da sind schon zwei Punkte, die dem entgegensprechen können, aber lassen wir das Thema ein neues Feature bringen. Und zwar auf einem eSIM-Profil mehrere Netzbetreiber vereinbaren und somit dann mehrere Nummern darüber abhandeln können. Multiple Enable Profiles, MEP nennt sich das Ganze und soll, wie gesagt, wahrscheinlich an der Google I.O. vorgestellt werden und im Herbst dann in Android 13 kommen und irgendwann in ein, zwei Jahren auf die Geräte, wenn es dann irgendwie kommt und noch nicht gestorben ist bis dahin. Wie will es sein? Also ich sehe in eSIMs eine grosse Zukunft und freue mich schon darauf, egal ob mit nur einem oder eben so einem Multiple Enabled Profile. Das war's für heute, liebe Hörenden. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, auf euer Feedback etc. Ansonsten, wenn ihr mögt, gerne am nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pukipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.